Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Operation Tango zusammen mit dem Yannick von Akadari. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Abonnenten und einen Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, sind wir jetzt in einem... Nee, digitaler Tauchgang. Ach du Scheiße, sag jetzt bloß, wir sind unter Wasser. Oh. Ja, wir haben was geschafft, Yannick. Wir retten die Welt. Hoffen wir mal. Wir müssen es schaffen, dass du... Ja, ich sorg dafür, dass du sicher zurückkommst. Ah nee, du musst mich ja beschützen. Ja, ich sorg dafür, ob du vielleicht zurückkommst. Was? Was? Yannick, du willst den Erfolg nicht für mich umbringen. Ich krieg keinen Erfolg. Ach so, nur ich kann Erfolge sammeln. Ja. Das ist nur persönliches Enjoyment für mich. Okay, ich brauche das... War ja schön, dass ich dich jetzt so abwechslung mal sehe. Ich sehe den Hacker. Der hat eine richtig große Ausstattung. Passt, wie bei mir. Glaub ich das nicht gemeint. Brauchst du eine IP-Adresse? Ja. 238 238 238 17 0 17 0 205 25 198 Oh, ich habe hier irgend so ein Spiel. Ab ins Darknetz. Empal hat den Tauchkörn gestartet. Hilf ihm, Cypher. Nach unten. Ja, das sehe ich. Jetzt nach oben. Ja, das sehe ich soweit. Ach so, du siehst die roten Balken? Ja. Jetzt habe ich frei gerade. Und ich konnte irgendwie noch Punkte einsammeln. Ich muss irgendwas reparieren. Siehst du irgendwas? Ne, ich habe noch nichts. Was, äh, äh, was muss ich denn hier überhaupt reparieren? Verbindung mit Partner, Trans mit Packets. Hier, Routerblocker. Ah. Äh. Also ich, letzte der Funktion habe ich bei mir stehen. Und dann die Funktion. Ah, ich habe es. Okay, ich soll hier irgendwas eigentippen? Ich habe den Mainframe gerade gehackt. Ich durfte jetzt einfach wie bekloppt auf die Tasten drücken. Das Spiel weiß, wie ich ticke. 35, 10, 19. Höchster Wert, Server, Höchster Wert. Ich sammle hier irgendwas gerade oben rechts. Datenbank, Niedrigster Wert. Wo muss ich hinschleinigen? Drei Wege? Mitte. Mitte? Mitte? Also Mittelwert. Ne, ich meinte komplett Mitte. Ach so. Ja, Proxy, let's go. Ich habe ja auch noch so eine Akkredierung rechts oben. Tracer nähert sich. So, wo? Ey, der kommt von Mitte gerade. Die kommen von hinten, die siehst du nicht. Bleib unten. Okay. Warte noch einen Moment. Ich sammle Punkte. Ich habe hier irgendwas. Nach oben! Mitte! Okay. Vorstellende Netzwerkteilung. Ich weiß nicht, was ich hier nebenbei sammle. Nächster Bereich Datenbank. Datenbank muss ich hin? Ja, bleib einfach in der Mitte. Hä? Ich habe hier halt noch so eine komische Akkredierung rechts. Ich weiß nicht, wozu die nur 20 ist. Kann ich dir geben, erforderliche Akkredierung ist 6, 1T, bettut. Ja, die mussten mir halt vorher sagen, sowas ist kaputt. Kannst du mir das irgendwie mitteilen? Scan Network gleich kleiner Force. Abs. Du musst mir eigentlich nur das erste sagen, dass die ersten vier Buchstaben reichen. Okay, ich darf jetzt wieder tippen, bis der Arzt kommt. 2, 3, P, A, C, C. 2, 3. Ich brauche nur die ersten zwei Buchstaben bei der Akkredierung. Das ist nach Buchstaben eingeteilt. Äh, nach Zahlen. Äh, 3, 9, S. Bleib Mitte. Geh nach oben, da kommt ein Tracer in der Mitte. Oder muss da auf den... Oder muss da auf den Tracer. Äh, 7, 6, L. Ah, Mitte, da kommt was oben. Okay, Netzwerkteilung. Ja. Ich frage mich, was ich hier gerade so nebenbei sammle. Proxy, Datenbank oder Server? Server. Äh, Scheiße. Ich könnte die Zahlen nicht mehr flicken. Wir sind das perfekte Team. Oh, falscher Weg. Ich muss dich umleiten. Äh, was muss ich... Immer prüfen. Äh, 0, R, S9, E3, Y9. 0, R, wo ist denn hier überhaupt eine 0? Ah, da. Was, ein S9? Ja. Weiter. E3. E3. Y9. Umleiten. Ab dich. Oh, so viel, dass ich hier machen muss. Und ich sammel Geld. Ja, bei mir oben mit irgendwas. Nee. Ja, ich hab 14 von irgendwas gesammelt. Ich weiß nicht, wofür die sind. Oh Gott, was ist denn das für eine Wand? Frag ich mich auch? Tod? Nee. Oh. Jetzt muss ich ja auch noch irgendein Bandbreitenabgleich machen. Äh, 4G-HZ. Ja, mit welcher Farbe? Äh, du bist, äh, grün und, äh, du musst andersrum. So? Fall nach unten. Ja. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ganz minimal. Das war zu viel. So? Kriegt das auch? Ja. Ach, okay. Nach 4G, äh, äh, ah, ja, jetzt hab ich's verstanden. Es muss genau, wir müssen auf das Zeif zeigen. Was ist kaputt? Äh, ping-Route. Äh, ping. Und wir müssen auf 4,8 zeigen. Oh, ich hab nicht mal was machen müssen. Okay, ich darf jetzt wieder Meister hacken. Ja. Äh, dein Partner muss diese Stapel verbinden. Okay. Äh, äh? Ja, beim zweiten, zweiten Link, jetzt hab ich ganz unten 5, äh, 1, also 5 und rechts hab ich 2. Also da, da, falls dir das hilft. Äh, was war links? Äh, 5. Und rechts? Jetzt ist links 4 und rechts ist 2. Ich glaube, ich kann nur den rechten schieben. Und du musst ja gleichzeitig irgendwelchen Dingern ausweichen, die ich nicht sehe. Was ist der rechte bei dir? 2. Jetzt hast du den auf 3. Okay. Äh, das konnte ich irgendwie nicht. So, ich brauch was kaputtes. Äh, Wi-Fi-Connector. Okay. Ich darf wieder hacken. Gut getauscht. 2 und 5. Ja, jetzt hast du ihn auf 4 gebracht. Wie bewege ich den anderen? Jetzt. Du musst, glaube ich, musst ihn mal tauschen. Du musst 3 und 4 jetzt tauschen quasi, glaube ich. Ja, genau. Jetzt 2 und 3. Warte ich? Synchronisieren, ja. Sehr gut, das war's. Achso, das muss ich machen. Äh, ja. Das ist schon kompliziert hier. Ich hab das überhaupt nicht verstanden. Bleib in der Mitte, bleib in der Mitte. Ich hab nur einen Weg. Du kommst in irgend so einen, äh, Kasten rein. Ja, genau. Hacking-Tool wird geladen. Oh Gott. Das ist ein stressiges Spiel. Ey, da hab ich uns noch was Gutes rausgesucht. Guck mal, ich hab Geld gesammelt. 27 sind 0. Nein. Jawohl. Gar kein Problem hier. Ja, ich hab erstmal gar nicht geschickt, dass ich die überhaupt Sachen... Äh, Datenwert mal 2 oder größere Daten. Okay. Okay, okay. Ich hab erstmal gar nicht verstanden, was ich machen sollte mit diesen Dingern. Deswegen hab ich die gar nicht gesammelt. Okay, wir brauchen 150. Ja, okay. Ja, Minispiel. Ich kann nur die roten einsammeln. Ah, okay. Das verlierst du, Yannick. Ja, ich hab doch gar nicht gemerkt. Ja, ich erstmal auch nicht. Äh, nein. Ah, die fliegen so schnell. Nein, Yannick. Mach halblang. Gönn mir Punkte. Das ist doch eben gleich ein Team. Ich krieg doppelt den Punkte jetzt, weil ich mir das in der Mitte gekreilt hab. Aber geschafft. Wer hat 2 Punkte vor. Nein! Okay, weiter geht's. Aber schön, dass es auch noch so ein Versus-Spiel gab gerade. Ja. Ich muss mir merken... 5 von 8. Hä? Weißt du's? Du musst mir einen Code geben. Äh, ich hab 9 Symbole. Ja, sag mir die. Äh, oben links hab ich ein... Hab ich ein Smiley quasi. Hä? Mit oben. Mit den Kopfhörern oben. Ich hab ein Plus und ein Minus. Was soll ich damit? Ja, okay. Du musst mir die sagen. Was ist oben? Minus. Aufdenken. 1, 4, 7, 1. 1. 1, 4, 7, 1. Genau. War nicht der richtige Schlüssel. Unten ist ein Plus. Oben ist ein Plus? Unten. Unten ist ein Plus, oben ein Minus. Ich brauch ein Viechstein. Ach so, aber das ist eine Lücke zwischen. Ja. Okay, gab es zwei. Okay, 2, 1, 3, 2. Zwei? 2, 1, 3, 2. 2, 1, 3, 2. Oh. Wie fressig ist dieses Spiel? Ping, wenn dein Partner dich dazu auffordert. Okay. Hier musst du pingen. Ach so, ich muss den Ping vorgeben. Warte. Jetzt. Haben wir es getroffen? Ja. Oh, Geld für mich? Nein. Ich muss Punkte sammeln. Äh, wohin? Proxy. Proxy Mittel, okay. Also ich kann dir nur sagen, wie der Bereich heißt. Ja, das reicht mir. Und vergesst nicht, wenn da irgendwas mit Akkredierung steht, mir das zu sagen. Aha. Okay. Okay. 4,5 brauchen wir. 4. 4. Lego. Alles klar. Oben Plus, unten Minus. Getrennt. 9,5,1,9. 9,5,1,9. Scheiße, ich hab mein Mikro gerade umgekickt. Okay, aber mein Mikro ist genau, ich hab hier auf Zahlen, also auf dem Numpet, den Avatar so Aktionen zugewiesen. Und mein Mikrofon ist genau so umgefallen, dass es drauf gezeigt hat, also dass es aktiviert hat. Jetzt muss ich hier diesen Stapel, das Repair und das mit dem, äh, oh Gott, gib mir erst mal das Repair. Router Blocker. So, jetzt. Ping? Ja, jetzt, nee, es ist im Ping. Ich starte, jetzt. Hat geklappt. Okay, 3 und 2. Also links 3, ja. Obwohl, jetzt, nee, 1 und 5. Also links ist 1 und 5. Also musst du jetzt 5 nach oben bringen. Ja, jetzt bei 4, genau. Jetzt, ja. Ja. Hab ich. Netzwerkteilung. Minispiel voraus. Server. Welcher wer? Server, okay, höchstere. Ah, ist gleich dranbleiben. Ey, ich hab ein richtig gutes Spiel für uns rausgesucht. So ein stressiges Spiel hatte ich schon lange nicht mehr. Tracer kommen wieder, okay. Achtung, in der Mitte ist der gerade. Also der kommt gerade. Äh, setz dich schon mal ganz unten hin. Und bleib da erstmal. Bisher hab ich 40 Dinger gesammelt. So, jetzt bewegt dich in die Mitte. Mhm. Äh, 2 und 4. Du musst ihn jetzt wieder von, äh, nach oben bringen. Ein noch. Oh, hoppala. Ja. Nach unten. Muss was preparen. Äh, modulat, äh, connector. Ah, ich bin überfordert. Ich auch. Modulat-Dings da, das weiß ich schon mal. Der ist auch. Und emulat. Modulat und emulat. Ich darf hacken. Yannick. Ich bin überfordert. Welcher wäre jetzt? Wohin? Schreie. Datenbank. Datenbank niedrigste. Okay. Emulat-Signal brauchst du noch. Ach so. Musst du noch reprägen. Äh, emulat-Signal. Ich hab'n Smiley. Äh, ja. Unten oder oben? Der, ganz normal. Geh' nach oben. Okay. Sehst du'n glücklicher Smiley mit Grübchen? 2. 2. Ja, ich hab's auch zu spät gesehen. Äh, Bypass-Transmiss-Dings. Äh, 4, 6, 4, 6. 3, 9, S. Falsch. 3, 9. Aua. Ich bin überfordert. Wo kommt der Tracer? Aua, der war unten. Falsch. Äh. Gar kein Problem. 8 von 8, Finale. Okay. Wo kommt der Tracer? Ich hab' ne Leiter. Mit 4, irgengen Dingern. Ja. Tracer? Ist okay, wo ich bin? Ja. Okay. Äh, 1, 4, 7, 1. 1, 4, 7, 1. Genau. Und ich brauch' jetzt 5, 5, 5, Z. So ist jetzt, so gut. 1, 4, 7, 1 war falsch. Okay, 3, 8, 3, 8. Boah, das war mega knapp. 3, 8, 3, 8. Oh, ich hab' 2, 8 aus Versehen eingegeben. Äh, 3, 9, S. Okay, die dritte Leiter. 6, 5, 4, 5. Aua. Können wir ne kurze Pause machen? Ich muss auf Toilette. Okay. Oh, nee, war das so anstrengend, irgendwas zu hacken. Let's go. Okay, wo ist der Tracer? Okay, er ist in der Mitte. Ähm, ich brauch' wieder das Smiley. Zwei Grübchen. Das ist so'n Kreis, äh, so'n Mund unten. Repair. Mund unten, okay. Ähm, ich brauch' erstmal 2, äh, 2, 3P. 2, 3P. Sehr gut. Ähm, Emulat-Signal. Okay. Und, äh, und 4, 6, 4, 6. 4, 6, 4, 6. Mhm. 6,4 Gigabyte. Mhm. Oh Gott, ey. Und 14K. Leute, für die, die's nicht wissen. Äh, Yannick hat mich letztens angeschrieben, dass er unbedingt mal wieder ein forderendes Spiel braucht. Nur deswegen schrieben wir das. Auch wenn wir nicht... Ich hab' gekriegt hier, dass das wirklich so stressig ist. Ich auch nicht. Ich hab' mir ja keinerlei Videos hier zu angeguckt. Das ist so ein bisschen Rätsel-Spaß, okay, einmal ping'n, gar kein Problem. Und jetzt bist du sogar besser drin als ich, leider. So, passt. Sicherheitsknoten. Sieht gut aus. Oh. 72 habe ich gesammelt. Boah. Aber das war... So, jetzt kommt wieder unser Lieblings-Mini-Spiel. Hm. Tracking-Tour wird geladen. 350 brauchen wir. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist für dich leichter, das zu sammeln. Hallo, gib mir auch was. Hallo. Du Mogler. Äh. Warum ist das für mich? Ey, in den letzten Runden, das ist mal, habe ich nix bekommen. Hallo. Ich guck' gar nicht hinterher. Hallo. Nein, das ist unfair. Ja, er hat eure Daten. Ich, 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 ich krieg' hier gar nix geschießen. Hilfe. Da guckt mein Charakter hoffentlich gerade auch traurig, wenn ich die richtige Taste gedrückt habe. Danke. Achso, ich hab' dir grad'n Bonus gegeben, scheiße. Ich dachte, das wär für mich. Ich hab' nur was aufblicken sehen und gedrückt. Hab' ich gemerkt. Ja. Kleinere Daten. Ich darf das nicht mehr drücken. Warum sind die bei mir so winzig? Geschafft. Geht fest. Easy. So. Wir haben Netzwerkschicht 1, glaube ich, gerade geschafft. Oh Gott, das ist noch nicht vorbei. Lass mich ran, hier, 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 hier fall' ich runter. Ja. Okay. Hä? Okay. Bin runtergefahren. Was muss ich machen? Achso, jetzt darf ich dir diese Kacheln geben. Ja, dann hab' ich hier die roten Dinger vor mir. Ich seh' den roten Ding, das rote Ding nicht. Ja, genau, die siehst du nicht. Die laufen bei mir abwechselnd. Also, jetzt ist es links gerade, rechts musst du machen. Guck mal, so kann das doch nur funktionieren, oder? Achso, ich hab' noch ne bestimmte Anzahl von Kacheln. Ja, genau. So. Ja, mach rechts erst mal. Warte, warte, warte. Jetzt nach links. Und jetzt links durch. Hab' ich getan. Ist durch, okay. Wie geht das? Okay, jetzt ist, hab' ich einen Weg und der ist, geht durchgehend rauf und runter. Okay. Jetzt geht er grad wieder zurück. Ich muss dann gleich in diese, äh, Gassen dazwischen. Ich seh' aber, bis wohin das geht. Ja. Einmal, jetzt kannst du machen. Jetzt nicht mehr. Jetzt komplett zurück. Ich seh'n, da vorne ist so ne Eingasse, da kann ich dich reinlotsen. Genau. Jetzt können wir jetzt mal wieder machen. Genau. Rechts. Ja. Sehr gut. Und jetzt? Ich nehm' die ersten Karameter weg und sag' mir, wenn er vorbei ist. Äh, der ist jetzt noch nicht. Jetzt. Ich hab' den ersten nicht, ja? Ach, da muss ich hin. Okay, ja? Okay, alles klar. Okay, ich dachte, ich muss weiter nach rechts. Okay. Ja, du musst gerade aus. Mhm. Jetzt ist er recht. Du musst bis da hinten hinkommen. Erstmal, jetzt, ja? Ich brauch' jetzt mal meinen Weg wieder. Jetzt ist er hier. Ich muss nach links hin. Bin bereit. Okay, die ersten kannst du wieder machen. Ja. Ja. Und hier, jetzt, so nach und nach, genau, ja. Ja, nochmal. Jetzt kannst du direkt wieder. Perfekt. So, jetzt kann ich die vorherigen Karameter erst mal entfernen. Genau. Da hinten musst du hin, wenn ich das richtig seh'. Ja. Sehr gut. Wo bist du? Jetzt bin ich irgendwie oben. Oben? Wo ist oben? Ich bin bei mir jetzt in der anderen Etage. Ich kann runterspringen. Ja, ich seh' die andere Etage nicht. Aber ich bin, ich bin, ich bin weiter quasi. Bist du hier irgendwo? Nee. Äh, mach mal weiter. Äh, ich bin quasi auf der, einem anderen Eck. Ich kann da raufspringen. Ja. Wo? Hab ich gemacht. Ach, da. Ich bin, ich bin jetzt quasi ganz unten von den, von den Dreier-Ding. Ja, ich seh' jetzt den Punkt. Jetzt bin ich auf den Einzelnen gegangen. Genau. Ich, ich hab' erstmal nicht verstanden, wo du warst. Ja, ich bin, ich muss immer runterspringen jetzt. Und dann, okay. Jetzt hab' ich hier drei Dinger vor mir. Und dann muss ich in so ein großes Loch reinspringen. Ja. Also die roten, die drei roten, siehst du ja nicht, aber ich muss in so ein rotes Loch rein. Ich seh' dich nicht mal, das ist das Problem. Ja, äh, kannst du wieder einen machen? Ja, wo? Seh' ich... Ja, irgendwo hin erstmal. Dann kann ich dir sagen, wo ich ungefähr bin. Seh' ich noch nicht. Machen wir weiter vorne. Ich bin in so einem großen Raum jetzt, wie gerade. Seh' ich alle noch nicht. Sehst du dieses große, äh, Ziel, wo ich hin, wo man rein kann? Ich seh' das in den gelben Kasten, wo du hin willst. Ja, genau. In dem Raum bin ich. Ja? Da... Da ist ein Löscher. Irgendwo. Genau, da sind drei Löscher. Die gehen ganz halt von links nach rechts davon. Ähm, ja, genau. Also da, wo die zwei noch waren, da bin ich ungefähr. Ähm, jetzt kannst du machen. Schaff' ich, schaff' ich, schaff' ich? Ja. Okay, bin ein weiter. Okay, das ist auf jeden Fall wesentlich einfacher als das davor. Ja. Okay, jetzt bin ich bei ganz vielen Ports. Ich brauch' Farben. Äh, welchen Port hast du denn? Hast du Port für mich? Portmapling? Ich hab' eins und zwei vor mir. Ja, da, in der Ecke, wo du gerade warst, da war einer. Ja, noch ein bisschen weiter. Noch ein bisschen. Ist drin. Jetzt brauch' ich Farben. Äh, weiß? Du hast es nicht geschafft, den Port zu öffnen. Ich hab' gelb, rosa, blau und grün. Ich scanne all diese farbigen Schlüssel von oben nach unten. Okay, ich muss schwarz... Ne, blau, grün... Ne, hä? Muss ich mir die Farben sagen. Blau, grün, gelb, rosa. Ja, das sind die Farben, die ich habe. Ja, die muss ich von oben nach oben machen. Okay, ich muss blau zuerst machen. Hab' ich? Das ist weiß, nein. Ne, du musstest erst blau. Hab' ich! Ne, da war weiß. Bei mir war da weiß. Ich hab' blau gedrückt. Gefühlt kommt man sich auch als der Agent gerade wie der Hacker vor. Ja, blau, grün, gelb, rosa. Auch Farben. Äh, blau. Scan in jedem Port die Schlüssel, so wie dir dein Partner das Timing vorgibt. Jetzt gehen all diese Farbenflüsse von oben nach unten. Geh' nochmal rein. Guckst du das vorher und... Okay, mach' mal blau. Hab' ich? Okay. Ich hab' nicht geschafft, Port zu öffnen. Ne. Okay, da trau' ich nicht. Vielleicht musst du erst den anderen machen. Okay, wo ist der andere? Einfach geradeaus weiterlaufen, wie du gerade gelaufen bist. Genau da, vor dir. Okay, die Reihenfolge ist blau, grün, blau. Blau, grün, blau. Hab' ich eingegeben. Muss mir irgendein Timing geben. Okay, jetzt. Ja, jetzt. Hab' ich. Okay, den ersten haben wir jetzt geschafft. Okay, ja, okay. Okay, verstanden. Okay. Blau, und zwar... Jetzt. Jetzt kommt grün. Äh... Jetzt blau. Nicht geschafft. Also, ich sag... Also, die Reihenfolge ist blau, grün, blau. Und ich sag dir, wann du das machen musst. Ja. Okay. Geht los. Ähm... Blau. Hab' ich? Grün. Hab' ich? Blau. Hab' ich. Ah, okay. Geht doch. Jetzt will ich das Eck, wo du gerade eben warst. Ja, okay. Ja, ja, jetzt ist es okay. Jetzt ist es verständlich. Okay. Der hier. Ja. Blau, grün, gelb, rosa. Okay. Blau. Hab' ich? Grün. Ja. Gelb. Rosa. Ah. Wir haben's begriffen. Ja. Will ich wieder anläufen? Ich kann's jetzt entsperren. Raus mit dir. Da kommt noch was. Ah, dufe Kacheln. Okay, rechts lang, bitte. Ich bin froh, dass ich nicht da gerade bin. Mach über die mittleren, bitte. Weil ich hab' wieder... Ja? Und jetzt links. Linke. Ja, und durch. Ja, perfekt. Ey, du musst links irgendeinen Schlüssel holen. Ja, genau. Und das sieht sehr lustig aus, was du da vor dir hast. Ja, ich weiß, das sehe ich. Ich hab' so... Ja? Schick mich mal nach rechts. Genau. Ich denke mal, du musst jetzt da unten hin. Ja, nach unten links. Genau, gleich. Jetzt am besten. Ja, ja, ja. So, bleib da in der Ecke hocken. Genau. Jetzt ist hier ein roter. Ich kann die andere Ecke ja schon mal füllen. Ne, kannst du gerade nicht. Lauf. Ja. Sehr gut. Und jetzt kannst du wieder den Rest. Lauf. Ja, drüben. Und jetzt muss ich dich wieder zurückfüllen, oder wie? Ja. Lauf. Lauf nicht. Mhm. Jetzt kannst du. Okay. Jetzt doch nicht. Ja, jetzt bin ich schon mal wieder hier. Jetzt kannst du noch nicht. Der geht zurück. So, den nächsten Kasten habe ich schon mal gefüllt. Noch nicht. Jetzt. Sehr gut. Geht noch nicht, geht noch nicht. Jetzt. Perfekt. Gut, und dann nur noch der hier. Geht noch nicht. Nämlich. Jetzt ist er weg. Oh Gott. Kann ich dir eigentlich den Boden oder die Füßen wegmachen? Ja. Boah, jetzt hast du ein riesiges Areal vor dir. Ja, die gehen immer im Kreis rum. Am besten ist es links rum. Okay. Ja. Oh Gott. Ja, ich bin links bei dem Kacheln-Ding. Ja. Jetzt einmal durch zum Schlüssel. Boah, das war's. Ich hab's gerade gesehen. Ich kann einen überspringen. Okay, gut zu wissen. Ich hab's gesehen, wie du da auf einmal über die Luft geflogen bist. Okay, der ist weg. Und jetzt einmal rechts durch. Okay, nimm den Rückzug. Okay, gehen wir durch. Ja, sehr gut. Ich bin wieder hier. Und jetzt einmal den alten Weg. Ja, genau. Ja, ja, ja. Perfekt. Sehr gut. So, den Rest musst du selber machen. Oh. Okay. Jetzt ist es wieder mit Rot. What? Ich seh nix da drin. Ich kann nix da drin machen. Okay. Achso, ich muss das Ding öffnen. Ups. Ah, okay. Viel Spaß. Oh. Oh. Öffnen. Okay. 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 Ja, okay. Verständlich. Okay. Okay, noch nicht. Du musst mir sagen, wann ich öffnen muss. Ich spring jetzt. Perfekt. Du bist drin. Nein, da kommt noch was. Schon wieder die Ports. Wie lange sind die denn? Okay, wohin? Links von dir. Ich hoffe, ich gebe dir richtig. Den? Ein weiter. Den? Den, den ich gerade eben so auch verkackt habe. Den? Ja. Und den daneben. Den? Ja. Die beiden. Okay. Ich bin auch mein Zettel. Das wäre es bitte. Du wolltest die Herausforderung, habe ich gehört. Also, den. Okay. Das kriege ich. Okay. Du musst mir nur sagen, wann ich was drücken muss. Ja, aber ich muss mir die Farben merken, damit ich dir sagen kann, was du drücken muss. Ja, okay. Okay, den machen wir erst mal. Erst mal den. Erst mal den. Das ist eine schöne Farbe. Rosa und blau brauchst du hier nur. Okay. Ich bin schon mal auf rosa. Rosa? Jetzt. Hab ich. Blau? Blau? Ja. Rosa? Rosa? Blau? Blau? Rosa. Rosa. Perfekt. Okay. Köst 2. Das war nur leicht. So. Jetzt den hier. Rückseite. Ich freue mich schon später aus deiner Sicht anzusehen, ne? Das sind vier Farben. Okay. Ich muss noch vier Dinge andrücken, oder ich muss alles für immer andrücken? Ich sag dir alles, die Reihenfolge ist grün, blau, rosa, grün, rosa, blau, grün, gelb. Sag mir einfach die Farben. Ja, ich muss mir da grad aufschreiben, wenn ich dir die Reihenfolge sage. Ach so, du siehst sie da drin nicht mehr. Ne, genau. Deswegen muss man die jetzt merken. Oder aufschreiben. Aufschreiben klingt besser. Ja. Jetzt weiß ich auch, warum das vorhin nicht die ganze Zeit funktioniert hat. Du hast immer nur Weiß gesehen, aber hättest du mir die Sachen sagen müssen. Ja, genau. Genau. Ich dachte nämlich, du musst quasi die Farbe von Weiß umändern auf die Farbe. Und dann muss ich drücken oder so. Weil ich hab ja auch so dieses Viereck, also für das Timing dann natürlich. Okay. Musst du das mal wissen. Okay. 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 So gut. Okay. Du musst mir nur die Farbe sagen. Ja, ja. Okay. Grün. Hab ich. Blau. Okay. Rosa. Okay. Grün. Ach so, grün. Ja. Okay. Ich hab gelb gehört. Nee, gelb kommt nur am Ende. Okay. Grün. Hab ich. Blau. Ja. Rosa. Yo. Grün. Yo. Rot. Rot. Hä? Hä? Das ist rosa. Sorry. Ich war kurz vor. Rosa, rot ist. Das ist rot, nur damit das rosa draufsteckt. Okay. Grün. Ach so. Ich war noch verwirrt von grad eben. Okay. Das musst du merken. Rosa, nicht rot. Okay. Das hat rote Farben. Okay. Ich frag mich, wie das sich über den E-Game-Chat anhören würde. Ja. Ready? Ja. Okay. Grün. Blau. Rosa. Grün. Rot. Äh, rosa. Ich hab noch drauf gedrückt. Die hat darauf vorhin eine Farbe hat gefehlt. Ja, aber ich war ja rot und gewalt. Ich bin grad über in Konzentration-Modus. Ich will jetzt nicht verkacken. Mann. Okay. Kann ich einfach rot sagen statt rosa? Ja. Katze auch. Okay. Okay. Grün. Blau. Rot. Grün. Rot. Blau. Grün. Gelb. Nein, der letzte. Nein. Die kommt so schnell. Nee, der ist es. Grün. Blau. Rot. Grün. Rot. Blau. Grün. Gelb. Ja. Das war eine Geburt. So. So. Auch, dass du wegkommst. Jetzt noch eine Stufe länger. Komm. Okay. Da kommt noch was. Da kommt noch was. Ja, aber das ist nicht was Neues. Jetzt Powerzell 1, 2, 3 und 4. Alles löschen. Also das ist bisher das schwerste Level. Ja. Ja. Rat mich, wie viele Missionen es noch gibt. Ich kenne die Spielzeit ungefähr. Wie sieht die denn aus? Äh, Hälfte. Oder wir sind gut und haben die Hälfte einfach schnell geschafft. Auch möglich, ja. Weg mit allem. Weg mit allem? Achso, wir müssen das gleichzeitig machen. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ja. Phantom Potter Kohlge erhalten. Ach du Kacke. Boah. Und weg mit dem ganzen Scheiß. Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Part zur Operation Tango. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da, um mich zu unterstützen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.